Daran ist es, Metal-Leute! Ja, die hat ne Taube! Ja, und du hast kein Leben mehr! Frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten! Letztes Jahr haben wir uns alle um 0 Uhr versammelt und für euch ne Folge hier! Habt ihr auch alle die Fenster zugemacht wegen dem Scheiß-Böller-Geräuschen? Ja, ekelhaft! Stören total die Aufnahme sonst! Leute, da oben ist Kunrad, ihr dürft ihn mit Bulling-Kugeln abwerfen! Hey, nein! 2017, die erste Runde! Ich bin gespannt! Das entscheidet alle! Oh Gott! Bitte nicht! Da waren stehen denn hier Leute vor der Tür! Stimmt! Ich habe noch gar nicht geschossen! Du hast auf mich geschossen! Ich habe noch komplette Munition in der Waffe! Komplette! Dann würde ich dem Dieter sogar zeigen! Dann zeig's mal! Da ist ein Typ drin! 21, 20! Ja stimmt sogar! Der ist schuld! Ich hoffe ihr trinkt alle Kinder-Sekt, ja? Robby Bubble! Geht es mir geht nicht! Weil ihr irgendeine Bowling-Kugel auf mich werfen! Hey! Der erste Random-Kill des... Aua, jetzt hat er auf mich zu schießen! Kein Random-Kill! Ich hab Drens getötet! Ja, und mich auf 50 geschossen! Wir haben's gesehen! Es tut dir nicht leid! Ich bin Eno! Alles Gute! Erster Pop-Kill, oder was? Das wird ein tolles Jahr! Verrächtig! Ich hab Drens umgeschossen! Der hat ein Neujahrs-Baby rausgeschossen! Der hat ein Neujahrs-Baby! Wieso wurde ich... Jetzt hat er Neujahrs-Baby rausgeschossen! Ekelhaft! Ich denk mir nichts Falsches, da schießt der Direktor... Julie ist es! Nein! Nein! Ich hab vorhin nicht auf dich geschossen! Das ist... Ja, was heißt denn vorhin? Als was passiert ist! Als Kuntran auf dich geschossen hat! Wie ein Irma! Ich hab vorhin auch nicht auf ihn geschossen! Ja! Mir kann man trauen! In dem anderen Gang werden übrigens Leute gesprengt! Ja, weil der Darno und Julie sind hier! Einer ist tot! Wir wissen das dann! Early ist tot! Und dann... Das heißt, Maru ist Traitor! Ich hab Nils erschossen! Das ändert aber nichts an unserer Schlussfolgerung, dass hier eine Leiche... Aua! Warum hängt da wieder eine Leiche? Das ist creepy! Das ist der Traitor! Nils! Als... Als was? Als... Als Abschreckung! Aha! Ich hab Angst bekommen! Dass man nicht einfach mit Babys auf Menschen schmeißt! Der Traitor ist unten an der Bowlinghalle! Wie kommt man da hin? Eine Bahn! Bowling! 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 Das sind Menschen! Creepy! Das ging viel zu schnell! Wer wurde von der Bowlingkugel getroffen? Ich! Okay! Und dann hat Kunran Granz erschossen! Mich halt! Ich hab ne scheiß Pass explodieren lassen! Drei Leute am Minuspunkt! Bin dann von einem fliegenden Kegel getötet worden! Das kommt davon! War sehr verwirrt! Ich kann das halt nicht glauben, Kunran, dass du eher Granz und mich abschießt und dann abhauen willst! Ich wollte nicht mal abhauen! Du bist runtergesprungen! Du bist die Tür gegangen! Wie kann einen das denn noch wundern? Diese Random Killer ey! Ja echt? Eure Gehirn? Furchtbar! Hör mal auf wie mit der Bowlingkugel schmeißen! Ich hätte gedacht 2017 macht Renz keine Prokürzen mehr! Verleid! Wir sind erst ein paar Minuten in 2017 ja! Random Health! Ich hab mehr HP als vorher! Ich hab 160! Ich auch! Toll! Warum muss man mich abschießen? Hast du anscheinend nicht anders verdient? Nein! Au! Voll auf meine Zehennägel! Du! Nils! Was war das? Ich wollte die Kiste aus der Hand schießen und hab dich getroffen! Sicher! Die Kiste! Hände hoch! 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 Fisk ist nicht fähig! Deswegen bin ich da hingegangen! Bowlingkugel Early Fang! Ich bin da! Er verpasst die ganze Season! Ja! Ne Fisk der kommt jetzt jetzt nicht weg, aber kommt dann in Staffelfinale wieder! Ich weiß nicht, wo das Loch im Boden ist. Ist das hier? Ja, die ist halt fast. Ich hab gleich alle Bowling-Kugeln weggeworfen. Zu heiß. Bowling, Bowling, Bowling. Hör die, er schießt Bowling-Kugeln. Ja. Bowling, Bowling, Bowling. Jeder hat seine Aggressionen, okay? Ah, das ist eine Taubung gewesen. Deiner genießt. Nein! Das war was. Alter! Was hat dich, hast du eine Traitor-Falle ausge... Ist da eine Traitor-Falle in der Mitte? Nein, da ist eine Taube geflogen. Aber warum sollte jemand einen Traitor auf Juli in die Taube werfen? Oder mal Grants? Ach Grants, aber kann nicht sein. Er hat wahrscheinlich auf Grants geworfen und Juli hat Kolateral-Schaden. Was ist? Warum? Kein Traitor-Tester. Geh weg da. Da ist der Traitor-Tester. Da ist der Traitor-Tester. Ja, du hast mit der Bowling-Kugel auf mich geworfen. Die ist jetzt weg. So. Aber was stört Nils zu wenig? Nils ist nicht Traitor. Hier hat einer die Traitor-Falle ausgelöst, wo keiner drin ist. Da ist doch niemand irre. Hä? Das heißt einer, der die Traitor-Falle nicht kennt. Das könnte Early sein. Ich kenn diese Match schon seit Ewigkeiten und ich kenn auch die Traitor-Falle ab. Was habt ihr denn vor? Sollt euch einen anderen schuldigen. Folg Early hier. Verpiss dich. Early wird jetzt abgeräumt. Machen wir einen Strike. Er hat zuerst geworfen, jetzt habe ich auch einen Wurf. Wo ist denn Judys Leiche? Da pisst dich. Oh! 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 Und, du hast dir geworfen, du Arsch! Oh! Oh! Anti-Made 2017. Äh! Odel Verwarte geht an Early. Oh! Habe ich Juilli getötet? Ja Playtech, da hab ich nicht Charity! Oh! Oh! Oh, oh! Ich hätt dich zum Sieg gebracht, Early! Wie jetzt?! Du hast doch geise gemacht bis dato, Oh! Ja doch! Ja, du hast dich auch umgebrachen, net spenden... Das war mir am Anfang! Nee, kann dafür nix! Willst du ein Lied singen, Julie? Was ist das denn für eine Waffe? Nein, du singst jetzt ein Lied. Das für ein Lied. Das Lied des Anti-Mates. Lied des Anti-Mates. Jeden auf den Nerf. Dafür wirst du gleich erschossen. Ah! Oh nein, du hast mich erschossen. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Oh nein. Hängt das Viecher an mir? Oh nein, kann dich ja nur stören, wenn alle Inno sind. Und deine Feinde. Oh, 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 oh. Baru, oh, 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 oh. Das sind welche? Das blöde ich jetzt. Das blöde ich jetzt. Kontrast? Was machst du? Au, was machst du? Hallo, ich hab laupt die Kugel, geschossen. Warte, ich nehme die andere Bahn hier. Heute ist Kugelwerfer auf TauTau bei dir. Hey, ich geh schnell weg von Early. Der killt mich immer hab ich... Maxi! 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 Maxi, lädst du noch? Was ist da los? Maxi, wie hast du das denn hier verlegt? Was ist passiert? Das ist Kundra, er schießt auf mich. Wo ist er? Ja, er hat die Falle aufgemacht. Oh, oh, oh! Was machst du hier? Was macht das, Maxi? Können wir mal die Trailer töten? Da kommt nicht der andere Trailer. Da hinten wird zu viel geschossen im Nebengang. Ja, hier sind Leichen, Nils. Da sind Leichen. Ja, hier sind einige Leichen. Wie auch immer, hier drin ist es tot. Achtung, hier ist vielleicht ein Sniper. Nils, pass auf. Da war gerade einer. Da hinten! Tatsächlich? Lebst du noch, Nils? Oh, shit. Kunran ist es. Ja, die hat ne Taube! Ja, und du hast kein Leben mehr. Tauta hat den Friendship gezündet. Nein, es war early. Tauta, jetzt helfen wir doch endlich mal! Ey, du schießt doch auf mich die ganze Zeit. Also einer von den beiden. Ja, ich weiß, ich sehe euch beide. Ja, aber ich weiß nicht, wer es jetzt ist und wer es nicht. Ja, das kennen ja jeder. Hä, wieso soll ich das denn sein? Nein. Confirmen early. Ja, warte! Lass mich, alter du! Ballast direkt noch weh! Es lebt noch einer. Oh, das hätte ich nicht gemacht. Leg mich! Warte! Ich hab mich verklickt! Aber ich bin gut weit gekommen. Normalerweise sterbe ich nach dem ersten. Ja, ich war der andere. Aber ich hatte nichts mit der Heiligen zu tun. Ja, das war aber so passend, weil die Heilige kurz davor läufst du weg, auf einmal sagtest Halleluja. Das war so passend. Alter, Max, wie du geflogen bist, ey! 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 Ich sag euch auch gleich Halleluja, ey! Dann schießt halt Maru dann da auf mich, weil Max dir gesagt hat, ich bin's. Ja, aber das ist TDT, ey! Ja, das ist TDT, ey! Das ist immer so gewesen. TDT 2017! Ich weiß, ich dachte erst, ich wäre da oben jetzt draufstehen. Warte ab, bis wir das Percentage Addon bekommen, dann kannst du selber proben. Genau. Kannst du folgen dafür. Ja, es kann doch nicht so schwer sein, ein Addon sozusagen dafür zu machen, wo du halt auf Knopfdruck einfach, äh, und dann was in den Chat, also so ein Dropdown-Menü bekommst mit, äh, wen und wie viel. Das merkt sich auch immer, wie viel du... Ich geh hier besser weg. Game Freak, das wär die Challenge für 2017. Genau, das wär ja richtig. Ich dachte, alle Items von Overwatch. TDT Blitz ist zu Ende bald, war ein schönes Jahr. Nein! Jetzt kommt TDT Percentage. Demnächst auch dann bei den Pietz. Ey, geil, hier sind ja explosive Filme. Wer möchte meine Plasma? Ach stimmt, aber du musst ein Star-Dom-Man... Die sind noch Klassik, da ist noch Vanilla. Das ist nur in Staffel 1. Aber wie viele Folgen haben wir bis Blitz gebraucht? 800? Ey! Wer war das? Vier! Wow! Ciao, ciao! Ne, 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 ne. Ja, kommt! Oh! Weh, du schießt das jetzt auch noch kaputt. Ey, 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 ey! Wer guckt da hinten? Oh, ich mach'n Strike Leads. Ich bin so gut wie tot. Ich gehe besser weg. Ihr könnt damit nicht umgehen. Geht nicht. Oh, das ist gut! Oh, nein. Oh, nein. Ey, wie werf man die Objekte denn so stark? Was hast du getan? Was hast du denn? Was hast du denn? Drei Pinnen stehen bei mir noch. Jemand hat das explosive Fass abgeschossen, was mir alles stand. Ich bin nur durch, ich wollte eigentlich durch die Tür gehen, wo du wahrscheinlich auch durchgehen wolltest. Ja. Genau, in dem Moment haben wir Zeit. Ohhhh! 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 Drei! Ey, ich hatte auch drei. Wir haben beide drei gehabt. Wie wirft man die Sachen denn so hart? Das war scheiße. Der Ecker, da läuft so rot. Da läuft so rot! Da läuft so rot! Maru hat gesagt, das leuchtet rot bei der Mikrowelle. Da haben wir aber mega Glück gehabt, Nils, dass die nicht hochgegangen ist. Oh nein, ich glaube Tauto ist auch tot. Warte, hat den Anfänger wieder hoch 3 gemacht ey. Da leuchtet so rot bei der Mikrowelle. Tauto ist wegen Maru gestorben. Ist gerade immer gestorben. Oh, Mann ey. Tauto hat doch jetzt gerade Maru gekillt, hat denn jetzt Tauto gekillt? Ja, Maru ist explodiert. One week, Julie set. Oh mein Gott! Yeah! Halt, stopp! Jetzt schieße ich! Ja, genau. Ich will mich noch rächen an Early in dieser Runde. Kannst du dich mal am Arsch lecken? Nein, ich muss den Anti-Made vernichten. Der Anti-Made ist auch ein neuer Film. Ja. Bald in den Kinos. Ja, das ist dann die Konklusion. Oh, Dallus! Hab ich gesehen! Was? Julie? Dallus verdächtig! Nee, Dallu ist es. Ich glaube, Grenz wurde getötet. Da, Dallu. Ja, Dallu ist es! Ich habe vor den Fugel in deine Richtung geschossen. Nein! Er hat geschossen! Dallu ist es! Nils, der hat auf dich geschossen. Ihr habt das gesehen vor dahinten. Ja! Weil du gesagt hast, wer ist es? Nils haben beide da investigiert, als Maru die Mikrowelle gelegt. Ich glaube es. Ey! Er versucht sich glaub ich zu töten. Nils! Wer ist es jetzt? Hä, der hat auf dich geschossen! Oder bist du auch Traitor? Ich glaube Nils und Dallu sind es! Nils, wir müssen ihn jetzt töten. Ich habe zu wenig... Maxi, Nils und Dallu sind es! Maxi, Nils und Dallu sind es! Okay. Das ist die echte Fake-Leiche! Nils und Dallu sind es! Es muss Grenz sein! Grenz ist doch schon tot! Ja, kann nicht sein! Eine Leiche ist fake! Äh, beim Traitor Room! Fuck! Ja stimmt, hier ist ja der Traitor Room! Wo ist hier ein Traitor Room? Was? Ach, fickt euch doch beide! Letzte Idee, Grenz! Bis zum nächsten Mal, Leute! Und... Prost Neues! Prost Neues! Tschüss! Ciao!